Musik Im ersten Teil lernen wir alle gemeinsam dieses Märchen kennen, dieses italische Märchen wie Lusalka. Die Oper handelt von Lusalka, das ist die Hauptfigur, und es ist eine Mixe. Sag mir erst, sag, guck, mein Frau, mein Dreie. Liede, 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 Liede. Liede, 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 Liede Ich hoffe, der will in eine ganz andere Welt gehen. Die Fräulein wäre dann groß und sagt zu Papa und Mama, ich ziehe nach Australien, und ich sehe dann ganz weit weg, und man kann sich eigentlich kaum noch sehen. Ich bin begeistert. Du bist ein Mensch sein, du bist ein Mensch sein, du bist Sternlich sein. Du hast selber mir Kunde gegeben von ihren Seelen, die ihr nicht traut. Und Menschen sind, die ihr den Teil auf sich des Himmels trägt. Im zweiten Teil teilen wir euch in drei Gruppen. Und dann gibt es drei Stationen. Eine Station Tanz, eine Stelle aus der Oper. Eine Station Spieltheater. Und in einer Station werden Kostüme gebastelt. Überlegt euch einen Begriff oder eine Situation oder was ihr wollt von den anderen oder was ihr den anderen sagen wollt. Und dann, wie ihr das den anderen vermitteln könnt. Manchmal muss der Wassermann nach einem Land gehen. Aber das ist ganz ungewohnt für ihn. Da kann er nicht so gut gehen. Wassermännchen, Wassermännchen, Wassermännchen. Und das letzte, da steht He, ja, He. Das ist sozusagen der große Zauberspruch. Und das erste He müsst ihr machen. Eins, zwei, drei lang. He, ja, He. Achtung. He, ja, He. Und jetzt machen sie den Tanz, den ihr nachher, glaube ich, der Florian kommt dann und verwandelt euch noch weiter in Waldelfen, weil er euch dann auch zeigt, wie dieser magische Tanz geht. Wasser, Mensch, Herr, He, ja, He. Kommt noch mit deinem Sinn. Na so, Mensch, Herr, du? So, Mensch. Ja. Nur, drei, aufs linke Bein. Drei, aufs linke Bein. He, he, he. He, he. Okay? Jetzt machen wir Arme auch noch dazu. Das heißt, eins, zwei, drei, vier. Immer der Arm mit den Beinen. Der Arm mit den Beinen. Der Arm mit den Beinen. Der Arm mit den Beinen.